Anstatt heute hier mit vielen Menschen Heiligabend zu feiern im Fuldaer Stadion, stehe ich allein hier. Ich denke, es ist richtig, angesichts der Empfehlungen, Begegnungen einzuschränken, auf diesen großen Gottesdienst zu verzichten. Dass ich das sehr schade finde, werden sie mir alle glauben. Weihnachten wird aber nicht abgesagt, deshalb ein paar Impressionen aus dem Stadion zu diesem Weihnachtsfest. Geplant war ja, dass wir uns zunächst ein bisschen aufwärmen. So ist es ja in Stadien, wenn die Spieler eine halbe Stunde vor Beginn zum Warmmachen auf den Platz kommen. Wer weiß, wie kalt es auch draußen auf den Rängen geworden wäre, dann hätten ein paar Warming-Up-Übungen schon ganz gut getan. Vielleicht ein paar Kniebeugen oder etwas Bewegung mit den Armen, um dann auch irgendwann eine tolle La-Ola-Welle hinzukriegen. Fangesänge gehören ja auch ins Stadion. Hätte es so richtig nicht gegeben, aber La-Ola-Wellen hätten wir uns schon gewünscht. Dieses Gefühl, zusammen zu gehören, brauchen wir ja in dieser Zeit besonders. Und hier auf der Haupttribüne, da hätten eine Gruppe Bläser gestanden. Sie hätten uns Weihnachtslieder gespielt und in Weihnachtsstimmung gebracht. Oh du Fröhliche, ihr Kinderlein kommet, stille Nacht, Lieder zum Freuen. Freut euch! Das ist ja eine ganz wichtige Botschaft dieses Heiligen Abends. Es ist schon einige Jahre her, da hatte ich mal die Chance ins Stadion von Borussia Dortmund zu kommen. Da hieß es glaube ich noch Westfalenstadion. BVB gegen Bayern München, der Schlager im Fußball schon seit Jahren. Manche wissen es ja, mein Herz schlägt für die Roten. An der Stelle stoppen jetzt einige das Video. Die, die noch geblieben sind, ich hatte also Karten für die Fankurve des BVB. Schwarz-Gelb standen sie ringsherum um mich herum. Ich natürlich in Zivil, weil Fan bin ich, aber lebensmüde natürlich nicht. Und dann tatsächlich fiel das erste Tor für den BVB. Meine Freude war eher gedämpft. Plötzlich fällt mir ein Schwarz-Gelber um den Hals und ruft Tor, Tor, Tor. Ob er mir angesehen hat, dass ich mich gar nicht so richtig gefreut habe? So erleben wir das gerade ja auch. Menschen, die sich freuen und andere, die weniger freudig sind. Freude über Weihnachten, das erlebe ich gerade besonders bei Kindern. Was ist da für eine Vorfreude da, auf Geschenke, das Fest, den Baum, mit den Ängsten zusammenzukommen. Und direkt daneben gibt es eben auch die Menschen, die sich gerade nicht freuen können. Und das sind wahrlich größere Sorge als Fußball. Mit unserem Stadiongottesdienst wollten wir Mut machen, sich zu freuen. Eine La-Ola-Welle mit den Hirten, die ja auch mutlos und oft allein waren. Und Fangesänge mit Maria und Josef, die ja auch wirklich in keiner leichten Situation waren. Ganz groß sollte es im Stadion händen, dass wir es nicht vergessen. Freut euch! Nicht über die Situation, aber darüber, dass Jesus geboren ist. Weihnachten wird nicht abgesagt. Euch ist heute der Heiland geboren. Ich grüße euch alle und Sie alle aus dem Stadion. Stimmt doch zu Hause mit ein, indem ihr einander das sagt. Große zu Kleinen und Kleinen zu Großen. Fürchte dich nicht! Aus diesem Stadion sollte eine La-Ola-Welle des Fürchte-Dich-Nicht-Ausgehen. Und vielleicht wollen sie zu Hause Fangesänge anstimmen. Oh du Fröhliche, ihr Kinderlein kommen mit stillen Nacht. Vielleicht nur ein oder zwei Strophen. Und es wäre richtig schön, wenn wir in 2021, zu welcher Zeit auch immer, hier im Stadion zusammenkommen könnten. Hier alle zusammen feiern können. Fürchtet euch nicht! Uns ist heute der Heiland geboren. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!